In Au ist Hopfenfest und traditionell wurde das erste Fassbier im Schloss Bräukeller Au angezapft, bevor es dann in die Hopfenhalle ging. Mit dabei waren die Hopfenköniginnen und jede Menge Prominenz. Die Hopfenkönigin und die Reproduktionen im Schloss Bräuke2 im Schloss Bräuke Hall. Die Hopfenkönigin und die Hopfenkönigin und alle auf die Hopfenkönigin. Die Hopfenkönigin und die Hopfenkönigin und die Hopfenkönigin. Inge hearts Strafaus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020